wie gegen terror ich auch ja dann krieg ich dann den protos gegen rad was war das rad rad der typ heißt so ach kratz sagt das muss man hier in ruhe hat sie nicht so angehört alter muss das so laut sein auch nicht laut ganz normal aber ich kann sagen ja stimmt ich hab dich ja lauter gestellt wenn du leise bist arschloch zu viel laut gestellt nein kann sich noch einfach so laut stellen dass wir genau mittig ist ja hab ich ja hab ich ja das ist ja normalerweise boah ihr app so laut ist ja echt geil so besser ich bin terran oh ne da muss ich ja weniger weeper spielen ja ich auch sowieso immer wir sind alle terren nein go go mars weeper erstmal hier so ein paar viecher er war hier ein paar viechers klatschen dein gegner ist aber auch terren ach ich mag das du musst dich schon upgrade ne du gewinnst upgrades sind immer gut als terren alle jetzt mass weeper und plus eins attack bis wir den bunker haben dann nehmen wir erst geld hier am besten das müsste eigentlich funktionieren ok ja machen wir oh keine gegenwehr ja die könnten jetzt gleich alle tier 2 gehen und so na und ich dachte wir haben wieder bunker und verdammt tier 2 gehen boah units das ist ja ekelhaft ah ja bitte unter bunker und hauen 400 300 oh da verliert da wohl niemand oder wahrscheinlich doch jetzt schon uh lappen was soll ich denn dagegen machen ich verliere gar nicht siehst du nein ich bin nicht zacken aber ich hab mich verloren du bist zacken boah nein nein manchi warum da verliert doch wohl niemand dein gegner ja ja aber ich hab den bunker down gemacht also tier 2 haben wir alle zusammen so tier 2 tier 2 ja ne 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 ich mach mir marines einfach als ob ich dafür tier 2 erforsche ich hoffe einfach mal dass er keinen cloak reinpackt was er jetzt wahrscheinlich gleich eh hat da auch ein paar marines einfach dahinter das nehme ich mir dann gleich ein gazier wir kommen halt in die mitte für uns mit vier raven brechern so oh der hat noch gar kein cloak doch jetzt schaut hä aber in ner killin ja das macht aber überhaupt keinen sinn in ner killin aber egal Toll, fatt'ne Scheiße ey Hhhhhhh Süß Äh, Jan willst du mal Gersier nehmen, deinen ersten Ja, ich will erst mal nur ich Du hast doch gar keinen Gersier Was? Nein Ja, ich hab schon super cool gesehen, aber auch Du Lappin Ja, die Mitte ist doch wichtig, hab dir gesagt Ja, ist er auch Also, dann will ich erst was gegen Benchies Wer war in die Mitte? Guck, die kommen, die folgen mir, die Benchies Immer, wenn die geht noch schnell, wenn man die halt nach uns Und ein paar Marines, die reichen doch nicht mehr aus Acht Stück kriegen vier Benchies? Nein Nee, aber du machst auch ordentlich Schaden damit wahrscheinlich Und du hast einen Draven Stimmt Ja, perfekt Bumm 3 HP, fuck you Und die folgen uns wieder Wie geht das denn Basen, dann hört uns wieder die Mitte Los Los Soll ich gleich einfach mal einen Viking Los doch los Seeker Missile Nein Wenn die mit Viking machen ist arschig Kannst du nicht machen Hm Oh, die Seeker Missile war gut Boah Nein, die beiden Seeker Missile Nein Nein Oh, wir hatten uns immer noch die Mitte Los Einer von den Ravens muss in der Gehrischen Hälfte bleiben Toll Jetzt haben wir die Mitte verloren Super, Jan Oh, 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 oh Ich? Seeker Missile Ich bin schuld Aber mit 3 Memories müssen 2 Phasen und Etter besiegen, Junge Boah, die macht auch so viel Schaden gegen Raven Oh, Vikings Ja, aber für mich ist dein Arschig, wenn ich die spiele, ne? Ja, ja, ja Ok Ok Typ, haben wir soweit Bumm Bumm Boah, war gar nicht so viel Hol dir mal T2 und noch die 2er Upgrades Ach, du musst doch nur eins pumpen Wenn ich ein paar hab Alter Schaffen deine Marines da schon wieder nicht, oder wat? Alter Und wie OP Voidrails sind Ja, ok, der hat plus 1er Attack Das erklärt alles Du musst doch alles hin, Nico Ja Kann ich so viel Was hat denn die Raven gelegt? Ah, klar ist er grad aus 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 Wo ist eigentlich Jonas Wo ist eigentlich Jonas? Gibt er dafür Klausur? Gibt er dafür Klausur? Gibt er dafür Klausur? Tja, ich schreib Bio Verlierst du immer noch, oder wat? Du Lappen Damage anerkennen Trotzdem Lappen Trotzdem Lappen Ja, die Marines wollen einfach nicht die Scheiße auf Voidrails vorgossen Die gehen immer auf den Boden, oder wie? Tja Fahne Kinks Oh my god, du hast Vikings übrig gelassen Jetzt steht mein Observer Oder mein Detektor Und dann... Ich hab ja keinen Detektor Ich hab ja keinen Ball mein Geht noch, kann ich nicht Egal Egal Cool, ich blem sogar mal wenigstens übrig Was warum ein 2-3-Viking? Jop Da der ein Nilo Aua Das sah ehkelhaft aus Niko, du verlierst immer noch gegen die Wall Trace. Nein! Doch. Du Loops! Jan, du solltest doch mal ein bisschen besser auf seine Waven aufpassen. Die verschwenden 150 Energie an einem Phasenleiter mit 10 HP. Na und? Fakt ist Shit. Fakt ist Shit, I don't need this. Oh, 3 Sticker missiles. Nein, flieg mir die weg! Nein. Oh Gott. Jan will's mal der See nehmen. Hab ich doch gerade erst. Schon drei, alle. Ja, ich hab vorhin erst einen Zeit genommen. Jetzt echt? Ja, ich hab noch nie abgeklingt Zeit. Ja, seine Wäute ist erkauft. Für Archon. Was? Warte, ich scanne mal eben. Ja. Super. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ist ja ekelhaft. Keine Ahnung. 190 HP. Oh, ich will nicht anerkennen. Nein, du kannst anerkennen. Ich war einfach ein bisschen auf Battlecruiser, ne? Prost, Tier 3 Upwards, ja. Ja. Nur auf Tier 1. Wer? Gegner. Guck dir den gegnerischen Fotos an, der nur einen Punkt abwärts entschildert. Sonst nix. Zwei. Ja, ich hab auch zwei gesehen. Das war jetzt glaube ich, oder? Nope. Ja noch nicht. Nein. Nein. Ich mach das jetzt. Machst du nicht. Der Gegner hat keinen... Der Gegner hat keinen Boden. Nein, das machst du nicht. Nein. Nein. Ja. Tja. Und wir sparen jetzt. Yep. Nein, schnell, bevor die alle 50 Energie kriegen. Oh. Oh man. Autsch. Oh, 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 oh. Das war doof. Lass mal warten, bis die über die Mitte kommen. Jetzt nur sparen, okay? Okay. Ne, das wär irgendwie arschig. Ja. Pfff. Und dann einmal mit 10 Battle Crews an, und dann einmal schreiben, es zu Files Bitches, ne? Ey, wer wird denn da weggemacht? Du Noob! Gib dein Geld aus, Junge! Echt? Nein. Warten jetzt, bis die über die Mitte kommen. Tch. Willst du die Vikings nicht im Flugmodus lassen, Jan? Ey, guck mal, wie der, wie der Viking da, äh, Surrounded ist von den vier... Alter, der geht's fast über eben, ey. Sieht voll seltenig aus. Sieht voll seltenig aus. Nein, die kommen nicht über die Mitte los. Yes. Die wollen doch nicht arschig sein. Der hat immer noch 1 Upgrades. Gegen D3. Ich hole mir schon mal die Attack Upgrades. So kannst du das. Ich mach' einen Battle Cruiser, mach die Attack Upgrades und verkauf den wieder für 100%. Ja, stimmt. So gesehen macht das eigentlich gar keinen Sinn mit, dass man die Upgrades erst dann machen kann, wenn man die Einheiten hat. Das heißt, Reiki, jetzt fliegen wir erstmal schön über die Archer. Ja, super. Nein, die dürfen nicht verlieren, los. Wie viel wavern, ey. Das wär ekelhaft. Los, los. Die waren ja kein Hangie, scheiße. Jan, du musst sterben. Ich glaub' wahrscheinlich auch. Ah nee. Oder. Naja. Ah doch, gut. Doch. Doch, gut. Stierf's. Wir dürfen nicht über die... Oh, Tanks, Tanks. Die stacken nicht. Höchstens die Ravens. Trotzdem ekelhaft genug. Jan will's auch mal sparen. Ja. Oder denn? Wir wollen sparen. Nee. Lass mal über. Das Spautog. Jo. Genau. Okay, dann wird langsam... Die wollen sich grad bestimmt, ne? Ja, wir kommen langsam Richtung Mitte. Yes. Um jetzt n Kolosse zu spielen, wenn er gegen Weizen steht. Ist das nicht so die... Oh, natürlich. Ganz gut. Wenn er genug Kolosse hat, ne? Dann kommen deine Weizen nicht hinterher. Ja. Dann brauchst halt mehr Weikings. Irgendjemand? Irgendjemand? Aua. Doi. Sind Mars Wraith uns gut gegen, ähm... Wir retten den Wave-Blooser? Mh, nein. Haben wir kein Problem. Glaube ich nicht. Denk ich nicht. Wir müssen aber gleichzeitig machen. Das sagt, wenn du da irgendwas drauf willst. Ja. Ja. Okay, erst wenn die über die Mitte sind. Hast du auch Upgrades schon erforscht? Ja, hab ich. Cool. Ehe mehr Geld als ich. Hier sollen wir Gazir nehmen oder nicht? Hab ich. Okay, das sieht langsam gefährlich aus. Nehmen wir dann nicht. Hab ich... Oh shit, ich hab den genommen! Ach, nee! Ich baue. Ich baue. Idioten! Nein! Ich baue. War Robin! Ach, fast. Die Server Jan nicht ganz so inkompetent ist wie wir. Alter. Ne, der scannt nicht. Warte. Oh du Noob! Warum? Tust du das? Ey, das knapp war. Ach du. Ah, das ist bestimmt ein Hacker ey. Meine Fresse ey. Okay, aber ich komme jetzt auch mit Battle Cousin an. Ich baue die 400 an und dann scannt der mir direkt instant. Ey, was soll erscheinen? Kannst du mal sehen. Ah, der Cousin. Ah, der Cousin. Ah, der Cousin. Boah, der hat ja total viel gegen mich, also. Hardcore. Lohnt sich, will doch mal? Nö. Glaub nicht. Alter, wir stacken. Der Enix gegen mich, der kriegt wirklich die Taunen. Ich glaube das ist jetzt Ende. Das war ekelhaft 6 Rüstung. Oh, ganz viele Vikings. Oh, ganz viele Vikings. Oder auch nicht. Okay, jetzt gehen die da klauen. Okay, aber wenn die da z... Oh, shit. Eich. Da der Edd hat mich. Andert Game da gegen Jonas. Oh. Boah. Na, kommen direkt die Nächsten. Egal, die sind jetzt schon fett zurückgebuscht jetzt. Dann sind direkt die Nächsten hinterher. Ja, ja. Bootings. Hardcore. Fast mehr... Eckgrößer als der... Ähm... Der Sanker hat. Tja. Auch so. Oh, shit. Tempest. No. Ich glaube das ist Ende, oder? Nicht sicher. Hast du die Yamato-Kanone? Nein! Ne. Oh, 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 oh! Da gibt's jetzt... Autsch. Ende. Ende. Schade. Mal kurz davor, dass alles explodierte. Ne, das liegt... Sonst haben ja immer die Ravens die... Ähm... Geschütze da unten platziert. Und damit die Brunenarmee von Jan aufgehalten. Jetzt haben die ja ihre ganzen, äh... Diese Viecher da gemacht. Auf BBL Cruiser. Wollen wir nochmal? Die Brunenarmee durchrücken. Ja. Ich will mal eh mal... Ich will eh mal... Ich will eh mal anders machen. Ich will nicht dieses normale Bild irgendwie bauen. Das... Das lutscht irgendwie in der Reile. Ja, ja. Wir können ja gucken, ob wir jetzt irgendwelche... Lappen als Gegner haben. Wenn mich zum Beispiel ein paar Toll-Agents mit Widow mal in Spam... Wo ich die ganze Zeit... Warte. Boah, ist auch geil. Ja komm, jeder von... Jeder von uns trollt jetzt. Egal ob... Ob wir verlieren. Einfach nur trollen. Okay. Überlegt euch was. Nicht sagen, nicht sagen. Macht euch gleich. Okay. Boah. Wir wollen erstmal alle nichts, ey. Boah. Die haben... Die haben 2 Terra, das heißt... Du, deine Hände schlägt. Boah. Geht, ne? Boah. Geht, ne? 2. YOLO. Super. Guys, YOLO YOLO. Okay, aber wir wollen doch noch gewinnen, oder? Oder? Nein. Ah komm, scheiß drauf. Ja. YOLO 2. Ach Jan, aber auch was Vernünftiges. Also irgendwas, was kämpfen kann. Wasser Pistole sind nicht so affektiv. Wieso? Der gewinnt doch. Siehst du halt nicht? LOL. In die Mitte! Gewonnen! BIMBA. Okay, wover ich jetzt. Ah, der geht halt Leben down! Reis. Tü-tü. Jaaaay, gewonnen! Mascentuys sind witzig. Warum sagst du immer Centuys? Weil ich es kann, keine Ahnung. Ist doch nicht Jahrhundert. Ich mach Mars mit um eins. Eins hat geht. Nein. Nein, nein. Ich ging gar nicht. Hallo, wir verlieren den Bunker. Nee, ehrlich mal, ich würde jetzt den Bunker gerne behalten. Nein, wir haben gesagt mit Trollen, das zieht mir das auch durch. Echt, ey. Funktioniert sogar. Uuuuuh! Impa! Jawoll! Impa! Wie gut! Funktioniert so lange, bis der Nobs Server hat. Ach, warte. Passt. Braut auch mehr DTs, Junge. Kein Gefällt. Ja, das funktioniert sogar. Jetzt kommt erst einmal der Vino-Mains. Schlitz. Oh mein Gott, er sieht den DT. Er sieht ihn! Du Noob! Mh. 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 Offel. Wie gut. Finde ich dann ausgewählt, dass ich dich schneller eingraben? Ja, dafür brauch ich dir drei, Junge. Wat? Ey, jopp. Oh, scheiße. Ja, jetzt komm erst einmal ich hierher. Alter! Ja, okay, dann geh jetzt mal auf Kolosse oder sowas mit Lang-Range. Dann hast du halt irgendwas, was tankt und irgendwas, was damage outputt. Outputt? Du kannst halt auch kein Rollen mehr. Du kannst das Mothership bauen. Ah, nee, das ist zu früh, da kostet 700. Ey, komm, irgendwas musst du machen. Ich will. Du kannst ja nicht mass... Sentries jetzt machen. Kann niemand noch kein Tier 2 haben, gegen dich? Doch, kann ich. Ja, jetzt bist du zum Ende durch. Das ist jetzt ein bisschen Captain Obvious, dass da die T's sind, aber egal. Nee, die merken da nicht. Glaube ich auch nicht. Keine Anschalten, wir haben jetzt 2 gemacht. Alter, hör auf zu... Schnell genug 1 Grad. Mh. Was? Lappen. Lappen. Ich muss weg und dann mach wo das ist. Ey, komm, mach mal was anderes. Wie ist das Unsinn? Alter, ich möchte troll. Ich nicht. Jetzt sind wir damit angefangen, jetzt wird auch durch. Nein... Doch. Ich gebe Health-Rosa-Honni, okay? Geht auch. Wollange du irgendwas hast, was vernünftig ist. Was der Strip call ist gut. Kann nicht angegriffen werden. Boah, er hat immer gescannt, aber er hat keine Dark Templer gesehen, von daher fehlt er keine Sonnebohnen, äh, kein... Nein, er hat noch was hier, er hat noch was hier! Uuuuh... Wat'n Schwein, ey... Voll der... Voll der Hacker... 1.15 Ina, was wir bis jetzt gemacht haben... Voll der Hacker ist dann... Echt, ey... Los, D3, für ein paar Sekunden... Oh, los, schneller ein Gramm... Ja... So viel wasten! Pfff... Wie gut... Das war unser Bunker, Gratulation ihr Lappen! War ja doch gut gemacht, oder? Nein... Aber Jan ist ja fast wie ein Bunker, von daher... Raven locker geschafft! Oh... Das ist doof... Klingt so... Ey, ja... Dauer würd' ich gewinnen, jetzt liegt mein Masterchef Core ja gar nicht tot! Toll, aber mein Archon! Mit 8 HP! 0 HP! Och, maaan... RiddleMinds! Hehehe... Spassies... Och, man, du hast am Anfang direkt gesagt, wir trollen jetzt! Jetzt zieh das auch mit durch, Alter! Ahhhh... Du hast vorhin selber gesagt, das ist nur Dissert Strike! Mhhh... Mhhh... Hehehe... Ich bekomme sie wieder! Oh, das ist Battlecruiser! Ich verkauf jetzt alle meine... ...wie du meinst! Wo? Oh! I bet a cruiser! Kann wirklich nicht wehtun Nee komm ganz ehrlich, den will ich jetzt so gerne in die Fresse schlagen Soll man sagen Rematch? Nee 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 komm komm wir machen den platt Guck dir den Voltweb mal an, der ist im Boden Loll Wir verlieren jetzt aber Sorry Ey der hat den ja gar nicht gebaut Komm, jetzt switch zu irgendwas vernünftigem, bitte Der BL-Groo sei doch vernünftig Der Walsch Warum? Ich will nicht verlieren Nicht gegen solche Typen Ah Oh jetzt Blitte schon meine ganzen Sentri Viester, damit die nicht so abgenommen werden ? In einer Linie Näääh when ich gleich spawn we轟 Weil ich ne Ground irgendwie hab Aber ich kannst zwei Reaver baunen Oh man, Junge. Wir machen Rematch an Triften bei dir in dem Boden. Was heißt denn RT? Random? Shit? Random Team wahrscheinlich. Ja stimmt. Hey, meine Schüsse werden alle gebloat. Jetzt brauche ich wieder. Der Zerg fisselt uns dann weg. Seit wann hat unsere Cannon wieder so viel Leben? Tja. Wohl Cannon, seit wann hat die so viel Leben? Man, die muss ja nur die Voters denken. Was haben wir jetzt auch nochmal dringend? Ja. ильbert soviel. Ich hab doch so einigermaßen mehr dabei. jetzt komme ich ich will nicht träumen das reicht doch was er da hat ja man müssen schaden am schild so lange der keine ultralisten rausbringt das ist auswähl bloß Autsch Ah, die Kennenys nicht Oh, Jan, ey Was war das denn? Oh, 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 wir haben verloren Kann man ihn jetzt irgendwie noch erreichen? Oh Ich Ich wollt das gewinnen Lad den Ein Lad die alle ein und dann testen wir die weg Ja, ratiert nicht Ok, machen das Rematch und testen die weg Lad den Ein Und die beiden Anderen So, der ist too many, aha. Okay, okay, der kommt im Start einfach so, der kommt einfach ins andere Team dann. Mach erstmal private Lobby-Aufnahmen beöffentlicht. Was, GM? Nein. Was heißt das? Grandmaster. Ist ja eh nicht. Warte. Neu. Waren wir Robin? Warte. Nee. Nein, Mann, du hast... Doch, da hab ich auch Bock drauf. Nein. Das fehlt auch. Aber scheiße, wir haben jetzt ein 2 gegen 1. Ja, Mann. 1 gegen 1 hat er nichts. Ja. Ist er weg, Mann. Was? Ist er weg. Ja. Und? Wir wollten noch mal gegen ihn richtig spielen und ihn wegfisten. Ah, passt. Aber wenn wir ihn jetzt nochmal treffen, dann fisten wir dann weg, okay? Dann können wir ihn nicht nochmal. Aber dann können wir ihn jetzt wieder, äh, angehen. Aber wir können ja vielleicht erst später anfangen, so trollen. Also, hart gewinnen und dann trollen. Ja, versucht... Ja, versucht... Ihr könnt wohl trollen, aber... Müsst halt gewinnen bei. Und wir hatten ja noch nicht angenommen von euch. Warte? Glaube ich. Wohl. Doch, ich hab angenommen. Genau. Gar nicht. Irgendeine von euch hat mich grad angelogen. Ich hab an... Doch. Ich hab angenommen. Doch, 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 doch. So spiel ich wie am... Gegen den Eintexten, Rinde. Uh, hab ich ganz vergessen. Muss ich mal Part-Splitting machen, bevor wir hier 3 Stunden Part haben. Echt.